Herzlich willkommen beim heutigen Interview. Heute geht es um zwei Themen, die die Schweiz beschäftigen, die auch Bio beschäftigen, Migration und Digitalisierung und wie man diese zwei Sachen im besten Fall verbinden kann, Arbeitsplätze schaffen, Fachkräftemangel minimieren kann. Und für das gibt es morgen Abend in Bio einen Vortrag. Wir tauchen aber heute schon in das Thema ein. Und zwar machen wir das mit einem Unternehmer aus Bern, mit Christian Hirsig, der heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen. Merci vielmals für die Einladung. Schön bin ich hier. Wir rollen das Thema vielleicht von hinten auf. Ihr habt vor ein paar Jahren angefangen, die beiden Themen Migration und Digitalisierung zu verbinden. Wie hat das angefangen? Also ich komme eigentlich aus der IT. Ich hatte in Bern ein IT-Unternehmen, das ich 2014 verkauft habe. Und das hat nachher bei mir dazu geführt, dass man sich fragte, ja, was macht man jetzt Mitte 30 in so einer Situation? Es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich für ewig hätte ausgesorgt gehabt. Und das war genau die Zeit, in der in Syrien die Krise war, wo ganz viele Menschen nach Europa kamen, unter anderem sehr qualifizierte, hochqualifizierte Menschen. Und das hat uns nachher veranlasst, dass wir gesagt machen wir eine Programmierschule für geflüchtete Menschen. Und so hat eigentlich alles angefangen. Also das sind Kurs, die dann anboten wurden für die Geflüchteten, die in welchen Städten haben stattgefunden? Wie lange sind die gegangen? Was haben die dort gelernt? Genau, also eigentlich ist es so, dass die Menschen eben schon hochqualifiziert sind. Es ist weniger darum gegangen, die Leute jetzt von Grund auf auszubilden, sondern es ist wirklich einfach ein Kurs gewesen, den man vor allem hat gelernt, wie, oder es ist darauf vorbereitet worden, wie, dass wir in der Schweiz arbeiten und wie, dass man in der Schweiz eine gute Berufsintegration arbeitet. Und diese haben 13 Wochen gedauert und dann kam ein Praktikum von sechs bis zwölf Monaten und angefangen haben wir in Bern. Sie kamen aber sehr schnell nach Zürich und eigentlich ist es dann ein schweizerisches Programm geworden. Also das Ziel war klar, diese Leute zu integrieren, oder? Was hatte ihr für eine Erfolgsquote mit den Kursen, die ihr da geboten habt? Ja genau, also inzwischen laufen die Kursen nach wie vor. Wir haben zwei Durchführungen pro Jahr und wir integrieren über 60 Prozent in den Berufen, also wo ja nachher in der Schweizer EIT sind und es sind inzwischen über 240 Menschen, die den Weg in die Schweizer EIT gefunden haben, wo man auch gut sagen kann, ohne uns hätten sie das nicht geschafft, also wir dürfen auch stolz sein auf das Ergebnis, auf die Leistung. Und das sind Praktikumsplätze, die man da hat vermitteln können. Ich habe vorhin das Stichwort Fachkräftemangel ein wenig betont, in der EIT-Branche war noch vor ein paar Jahren riesig. Da hat man jetzt im Vorgespräch gesagt, dass es so ein wenig am Besseren ist, das liegt vor allem an Wasem? Das ist am Ende schwierig zu sagen. Also ich glaube, mit einer stagnierenden Wirtschaft spürt man, dass der Fachkräftemangel sich an vielen Orten ein wenig entschärft hat. Aber wir gehen davon aus, dass die EIT nach wie vor viele Fachkräfte braucht. Die Digitalisierung ist weiterem voran zu schreiten. Also von dem her ist der Bedarf ist da und ich glaube, Powercoder ist eine von vielen Lösungen. Genau und ganz ein wichtiger Teil, vor allem gerade für Menschen, die sonst den Weg nicht in die EIT finden würden, obwohl sie die Fähigkeiten haben. Und ein Absolvent von so einem Powercoder-Kurs hat dann eine besonderige Geschichte gemacht. Über ihn wollen wir vielleicht reden heute auch noch. Der Hussam Alaham hat diesen Kurs gemacht und hat dann eine Idee gehabt. Wir sehen ihn hier auch gleich auf dem Bild zusammen mit euch, wo ihr sogar einen Preis gewonnen habt für euer Unternehmen. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen erzählen, wie das ist gegangen? Ja genau, also eben den Verein Powercoder, den ich mitgegründet habe, dort war der Hussam ein Stellnehmer und hat dann auch bei uns gearbeitet. Und dann, als die Covid kam, hat er gesagt, wäre es nicht möglich, dass man eigentlich so eine gute Lösung auch ins Ausland bringen könnte. Denn ganz viele Menschen arbeiten es nicht in die Schweiz oder arbeiten es nicht nach Europa. Wir sehen immer wieder die schrecklichen Bilder von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken oder einfach auch, wo der Weg zu beschwerlich ist, gerade wenn man an Familien denkt, die nicht einfach so migrieren können wie jetzt ein Mann, der allein ist. Und er hat dann, wie gesagt, wäre es nicht möglich, dass man so etwas starten könnte. Und so hat er eigentlich mit dem Wunsch, dass im Nahen Ostern ist Syrer, hat er das eigentlich initiiert und wir haben nachher Unterstützung gefunden vom Bund für so etwas in Kairo, in Ägypten zu pilotieren und haben nachher einen weiteren Verein gegründet, auch gemeinnützig, aus Powercoder heraus und der heißt Remotecoder. Also die zwei Vereine, Power und Remotecoder, sind wie Schwestervereine, könnte man sagen. Und wir können vielleicht ein Bild dazu anschauen, das ist jetzt von Remotecoder, vor Ort oder ist das in Ägypten? Das ist in Ägypten, genau, das ist in Kairo, das ist unser grosser Raum, den wir haben, wenn es, je nachdem, wo Schulungen gibt oder Besprechungen oder so, dann sind wir in diesem Raum hier. Inzwischen sind es 60 Leute, die in Ägypten mit uns, für uns arbeiten und wirklich ein mega schönes Projekt, das vor allem Frauen und Migranten in Ägypten die Möglichkeit gibt, in die IT einzusteigen und das eben mit Hilfe von Schweizer Unternehmen. Da sieht man es vielleicht gerade auch die Ladies, die man noch im Hintergrund hat gesehen. Also es geht auch darum, Leute, die schon viele Qualifikationen haben, zu schnappen und zu sagen, hey, wir geben euch die Möglichkeit, in diese Berufswelt einzutauchen. Das sind viele Schweizer Unternehmen, die davon profitieren können. Ja, richtig, genau. Also wir haben zwischen zehn Kunden in der Schweiz. Genau, wir haben noch eine in Zypern, das ist mir ein bisschen ein Zufall. Aber ja, es sind Schweizer Unternehmen, die ihre Teams in Ägypten haben und das Outsourcing, das ist ja etwas, das kennt man eigentlich. Und wir verbinden jetzt aber Outsourcing eigentlich mit einem guten Gedanken. Also wenn man schon outsourced, warum nicht etwas Gutes tun und eben Menschen, die es sonst allein nicht schaffen würden, denen die Möglichkeit geben, den Weg in die IT zu finden. Also ich habe das Wort bei euch auf der Website gelesen, Talent Migration, finde ich, beschreibt es eigentlich sehr schön oder was da für einen Sinn und Zweck hat hinter eurer Organisation. Jetzt gibt es morgen Abend einen Vortrag dazu im Atomic, wo man kann hören, wer ist dort vor Ort, was gehört man dort? Genau, also der Hussam, mein Mitgründer, wird dort vor Ort sein. Genau, er wird das Programm vorstellen, er wird Geschichten präsentieren mit unseren Kunden zusammen, wo man sieht, wie man eben von so etwas profitieren kann. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, ihm nachher Fragen zu stellen, wenn man irgendwelche Vorbehalte hat, was natürlich auch kann sein, dann kann man diese dort offen diskutieren mit ihm. Er ist da sehr offen und interessiert, den Austausch zu suchen. Also es ist ja schon ein Thema, was zum Teil vielleicht Berührungsängste da sind oder wo viel auch noch gar nicht so davon gehört hat. Man spricht immer von Migration, Migrantinnen und Migranten. Was machen wir jetzt mit denen? Also wir kommen jetzt nicht viel vergleichbare Firmen oder Unternehmen in Sinn. Ist das euch auch so ähnlich gegangen, als ihr das gestartet habt? Ja, absolut. Also man hat dort sicher einfach eine Lücke gefüllt. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man den Menschen, die hier sind, die auch Asyl bekommen haben, die nicht weggehen werden, sie gehören nach Seko zum Inländerpotenzial, sie haben die gleichen Rechte wie wir auf dem Arbeitsmarkt, dass wir diese beschäftigen. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dadurch, dass ich mit ganz vielen Migranten sprechen darf, habe ich einfach auch gelernt, dass nicht jeder migrieren möchte. Also auch den Menschen, die gar nicht migrieren wollen, eigentlich eine Möglichkeit geben, dass sie nicht migrieren müssen und dass die Not nicht so gross wird. Wie würdet ihr sagen, wie kann jetzt konkret ein Bieler-Unternehmen oder ein Seeländer-Unternehmen profitieren von Remote-Codders? Ja, also wir haben ganz viele Firmen aus der Region, die Teams haben, die ihre, würde man sagen, verlängerte Werkbank in Ägypten haben. Also gerade Aufgaben, die in der IT vielleicht ein bisschen mehr fleisser fordern, wenn es darum geht, Sachen anzupassen oder Sachen zu erweitern. Auch irgendwelche Software zu warten, dann ist das eigentlich super, wenn man das einem Team in Ägypten geben kann. Und von daher, wir sind sehr, sehr offen, wir haben Kapazitäten, wir haben gute Leute, die sich sofort hineinschicken und auch für ein Bieler-Unternehmen arbeiten. Weil jetzt da vielleicht jemand hellhörig ist, Worte von BIO oder vom Seeland, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wie die Leute vor Ort in Kairo arbeiten oder wieder dort aufgestellt sind als Team? Ja, also wir haben einfach gemerkt, dass es gerade für Menschen, die in die Karriere einsteigen, dass es wichtig ist, dass sie auch physisch an einen Ort kommen. Remote ist ein wenig irreführend, also sie sind remote, weil sie in Ägypten sind, aber sie sind natürlich in Kairo, sie sind vor Ort, sie sind in unserem Büro. Und dort arbeiten sie in kleinen Teams. Das kleinste mögliche Team sind drei Leute. Es ist immer ein Teamleiter. Der Teamleiter ist eine ausgebildete IT-Person, die vom Fachlevel her auf Schweizer Level ist. Und dann kommen die Leute, die die Praktikums machen, machen das dann eigentlich in diesem Team. Die, die gut sind, die bleiben dann auch in diesem Team und die weitere Teammitglieder ausbilden. Und die, die ein wenig weniger gut sind, die platzieren wir dann in die lokale IT-Personal. Aber noch dort, das Level ist mega hoch, also wir sind sehr, sehr beeindruckt, wie gut unsere Absolventen sind. Also besser, als man denken könnte, wenn man da von Vorurteilen plagt ist, wenn ich es so sagen kann, oder? Absolut, ja. Also da kann man sich als Bieler-Unternehmen bei euch melden und dann eigentlich jemanden rauspicken und sagen, wir brauchen ab dann für ein halbes Jahr jemanden und einen Praktikumsplatz quasi besetzen. Richtig, genau, genau. Besten über unsere Webseite www.remoteholders.org, genau, da kann man direkt mit uns in Kontakt treten. Oder morgen bei der Veranstaltung natürlich. Vielleicht noch eine kritische Frage, was habt ihr für Herausforderungen gehabt ganz kurz bei diesem ganzen Projekt? Ja, also was sicher eine grosse Herausforderung ist, ist, dass man in zwei verschiedenen Rechtssysteme ist. Die Schweizer und das ägyptische Rechtssystem, die sind nicht sehr einheitlich. Also das ist, dass man wirklich muss schauen, dass man vertraglich alles gut im Griff hat, dass man überall Compliance, sagt man dem, wenn ich ein neues Wort lerne darf, dass man überall die Rechtsgrundlage befolgt. Und dann ist man sogar vor der Herausforderung, dass die widersprüchlich sind. Also solche Widersprüchlichkeiten aufheben. Und auch das Kulturelle. Das Kulturelle ist sehr bereichernd, aber am Anfang sicher auch herausfordernd. Da wird der Hussam Allaham sicher morgen Abend beim Vortrag auch noch etwas darüber erzählen können. Absolut. Christian Hirsi, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das war es vom heutigen Interview zum Thema Migration und Digitalisierung. Schön, dass ihr mit dabei war und weiterhin gute Unterhaltung hier auf Telebileg. Auf Wiedersehen. Noch, dass ihr mit dabei warstenside. Sehr ruhig. Ich bin noch das war. Für die Einladung. Klar, wenn wir uns wiederholfen. Auch jetzt werden uns anbauen. Wir sehen uns. can vi auch.